Du willst hier deine eigene Meinung bilden? Dann bist du hier bei Modern Value Investing genau richtig. Abonniere jetzt den Kanal, denn nur wir werden dich mit regelmäßigen Unternehmens- und Chartanalysen sowie Updates aktiv unterstützen. Am Tag der Veröffentlichung der Chartanalyse gibt es am selben Tag die passende Unternehmensanalyse von Philipp. Schau gerne einmal auf unserer Homepage www.modernvalueinvesting.de vorbei und werde Mitglied unserer Facebook-Gruppe. Weitere Informationen findest du in der Infobox. Beachte bitte, dass wir trotz intensiver Recherche nicht für die Richtigkeit der Informationen und der Aussagen haften oder garantieren können. Schau dir auch den Disclaimer in der Infobox an. Hi, ich bin Marcel. Willkommen bei Modern Value Investing. Ich weiß, ihr schaut fleißig die Unternehmensanalysen von Philipp. Doch ein zusätzlicher Blick auf den Chart kann uns helfen beim Ohne Proben nach oben. Heute werfen wir einen Blick auf den Chart des japanischen Telekommunikations- und Medienkonzerns Softbank Group. Und dazu unterteile ich den Chart wie immer in einen langfristigen, in einen mittelfristigen und in einen kurzfristigen Chart. Anschließend werde ich diese natürlich wieder benoten. Bevor wir einen Blick auf den langfristigen Chart von Softbank legen, ein kleiner Hinweis. Heute sieht der Chart etwas anders aus. Der Grund ist recht einfach. Der erst kürzlich vorgenommene Aktiensplit von Softbank ist auf meiner Lieblingsseite, auf TraderFox, noch nicht bereinigt. Und deswegen greife ich hier auf eine andere Seite zurück. Kommen wir zum langfristigen Chart. Und der zeigt ganz klar, es geht aufwärts und über die Jahre hinweg, wir haben jetzt hier einen sehr langfristigen Chart, konnte die Aktie deutlich zulegen. Auch im mittelfristigen Chart und damit im Fünfjahreschart können wir ganz leicht erkennen, wir haben einen intakten Aufwärtstrend mit immer wieder höheren Hochs und immer wieder höheren Tiefs. Das sieht also sehr solide aus. Auch der kurzfristige Chart sieht gar nicht mal so schlecht aus. Wir haben zwar ein Auf und Ab anfangs, allerdings dann nach guten Nachrichten ging es dann Richtung Allzeithoch und an Punkt 1 finden wir diesen dann auch. Anschließend ging der Kurs wieder etwas zurück, die Verkäufer kamen ins Spiel und bis zu einem kleinen Tief, ich habe das mal gelb markiert, ging es an den gleitenden Durchschnitt von 200 Tagen. Eine weitere Seitwärtsphase und dann wieder der Ausbruch aus dieser auf das Allzeithoch in Richtung 50. Von dort aus kamen wieder Verkäufer ins Spiel, Gewinnmitnahmen dominierten und aktuell ging es dann wieder runter auf den gleitenden Durchschnitt. Es wird sich zeigen, ob der Kurs von da an wieder anspringt und wieder Richtung Allzeithoch läuft oder den gleitenden Durchschnitt unterbietet und dann vielleicht noch weiter korrigiert. Kommen wir nun schon zur Benotung des Charts der Softbank Group und hier habe ich mich entschieden für eine Note 1 im langfristigen Chart, denn wir haben einen sehr starken Anstieg gesehen und auch langfristige Anleger wurden wieder belohnt. Mittelfristig gebe ich dem Chart eine 2, denn trotz des starken Anstiegs haben wir hier eine hohe Volatilität, was dem ein oder anderen Anleger Kopfzerbrechen bereiten könnte. Kurzfristig ebenfalls eine 2, wir haben zwar aktuell eine kleine Seitwärtsphase, aber am gleitenden Durchschnitt scheint es sehr stabil zuzugehen, Käufer kaum im Spiel und wir befinden uns nahe des Allzeithochs. Macht im Notendurchschnitt eine 1,7. Mit einem Notendurchschnitt von 1,7 qualifiziert sich die Softbank Group natürlich auch für unsere Handlungsideen ohne Gewehr und da habe ich natürlich wieder zwei Varianten mitgebracht. Variante A, der Einstieg bei 40 Euro und da kommen zwei günstige Fälle zusammen, denn wir haben dort zum einen die charttechnische Unterstützungslinie und als zweites den gleitenden Durchschnitt 200 Tage, die zufällig auf die 40 Euro zutreffen. Für diejenigen, die sich nicht so sicher sind über Softbank und dessen Zukunft, einfach einen Stopp bei 37,5 setzen und dann das Risiko minimieren. Variante B ist das Handeln bei Ausbruch auf das Allzeithoch bei 50 Euro und hier wieder wichtig, die 50 Euro müssen überboten sein am Ende des Tages, damit da kein Fehlausbruch stattfindet. Einfach kaufen, sobald die 50 Euro überschritten sind und dann wird die Rallye höchstwahrscheinlich fortgesetzt. Für die nächste Chartanalyse werde ich wie gewohnt die TraderFox-Seite benutzen und jetzt interessiert mich natürlich deine Meinung. Hast du Softbank im Depot? Wie interpretierst du den Chart? Hast du gegebenenfalls Signale erkannt, die mir entgangen sind? Schreib uns das mal in die Kommentare. Oben rechts kannst du abstimmen, ob das Unternehmen zum aktuellen Zeitpunkt ein Kauf für dich ist. Und unten rechts kannst du den Kanal kostenlos abonnieren. Sollte es ein Update geben, so wird es dir jetzt angezeigt. Denk immer daran, wir von Modern Value Investing sind überzeugt, es gibt immer irgendwo einen Bullenmarkt. Wir werden versuchen, diesen zu finden und in diesen zu investieren. Also, bleib dabei bei Modern Value Investing. Ciao!